Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch alle Phasen, die ihr in der heutigen Aufgabe braucht, wo ihr einmal eure Zwerge ausgraben müsst, wo ihr sie einmal einsammeln müsst und wo ihr sie einmal verbuddeln müsst. Wir fangen einmal an mit Phase 1 von 4. Wir graben einmal Zwerge in der Pfandkuchenfestung und im Plesson Park aus. Ihr findet hier hinterm Haus einmal den Ort. Oder wenn ihr hier in Richtung Mitte geht, dann findet ihr hier auch nochmal einen Hügel. Einfach hingehen, ausgraben und ihr solltet hier einen Zwerg haben. Wenn ihr zur Pfandkuchenfestung geht, dann könnt ihr hier beim Haupteingang einmal landen und dann nach rechts gucken. Und hier an der Mauer solltet ihr einmal einen ausgraben können. Ansonsten lauft einmal in die andere Richtung, folgt einfach genau dem Weg, den ich hier ablaufe. Und hier solltet ihr den Fundort Nummer 2 haben. Ja, das war Phase 1 von 4 und kommen wir direkt zur nächsten Phase. Phase 2 von 4 ist nur 15 Munitionskisten oder Truhen einmal aufmachen bzw. einsammeln. Dafür braucht ihr bestimmt kein Video, das könnt ihr überall machen. Deswegen kommen wir gleich zu Phase 3 von 4. Und zwar ist das Sammle Zwerge in der Pfandkuchenfestung und in Holy Hatches. Und wenn ihr zur Pfandkuchenfestung geht, einmal durch den Haupteingang nach rechts, findet ihr hier hinter dem Tresen oder eben der Kasse einmal einen Zwerg zum Einsammeln. Und der zweite Zwerg hier ist einmal in der Mitte bei dem Hauptgebäude, lauft einfach einmal komplett rum und dann hinein und hier unter der Treppe findet ihr einen weiteren Zwerg. In Holy Hatches landet einfach hier, wo der große Weihnachtsbaum ist. Hier in der Ecke findet ihr einen Zwerg. Und Zwerg Nummer 4 befindet sich in der Mitte von Holy Hatches. Einmal hier zwischen dem Pflanzen ein bisschen versteckt. Und wenn ihr alle vier habt, dann habt ihr Phase 3 von 4 einmal abgeschlossen. Und für Phase 4 von 4 müssen wir einmal Zwerge in Retail Row oder Pleasant Park vergangen. Geht ihr nach Retail Row, könnt ihr hier bei dem blauen Haus einmal landen. Hier direkt neben dem Baum ist einmal eine Stelle, wo ihr den Zwerg vergraben könnt. Ansonsten geht einmal hier hoch zum gelben Haus, lauft einmal herum und neben dem Zaun hier ist nochmal eine Stelle dafür. Geht ihr nach Pleasant Park, landet hier in der Mitte. Dort ist rechts also eine kleine Sitzbank und hier ist einmal eine Stelle zum vergraben. Und die zweite Stelle hier in Pleasant Park ist neben dem großen roten Haus hier. Hier vor der Eingangstür, neben dem Baumstamm, ist einmal eine weitere Stelle. Und somit habt ihr alle Phasen abgeschlossen. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich. Vielen Dank fürs Gucken, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.